Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig hier auf Optionsstrategien.tv. Heute geht es um Pop-POP und zwar nicht um Popmusik, sondern um einen Begriff aus dem Optionshandel, nämlich der sogenannte Pop-Wert. Was sich dahinter versteckt und worauf ihr da achten müsst, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Der Pop-Wert, wir haben das Ganze schon mal vor längerer Zeit hier im Kanal behandelt, da aber so ganz viele neue Zuschauer jetzt hier auch dazugekommen sind und das so ein wichtiger Begriff ist, will ich den hier nochmal aufgreifen. Und zwar, was heißt denn eigentlich Pop? Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen auf der einen oder anderen Webseite, also bei Dow zum Beispiel, Option Alpha, die verwenden das immer. Und Pop heißt nichts anderes als Probability of Profit, das heißt die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Das heißt, man kann jede Option, wenn man sie handelt, mit diesem sogenannten Pop-Wert betrachten und erfährt dadurch, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Trade mindestens einen Cent Gewinn macht. Das ist jetzt vor Gebühren, aber man kann quasi ausrechnen, dass man sagt, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade überhaupt einen Gewinn macht. Und die meisten von euch, die das schon kennen, sagen jetzt, ja klar, ganz logisch, das ist einfach nur die Umkehrung des Deltas. Also wenn ihr sagt, okay, ihr habt ja eine Option, die hat halt ein Delta von 10, dann kehren wir das Ganze einfach um. Das heißt, wir haben hier eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade am Ende ein Gewinner wird. Das stimmt aber nicht ganz, denn das betrifft ja nur die Seite des Verkaufes. Wir wissen ja, wenn wir eine Delta 10 Option haben und verkaufen diese, dann haben wir eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass diese Option am Ende wertlos verfällt. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss, wir haben einen 90-prozentigen Pop-Wert, der uns sagt, wir haben eine 90-prozentige Chance, mit diesem Trade am Ende Geld zu verdienen. So, was wäre denn aber, wenn wir jetzt hier diese Option kaufen würden? Wir kaufen jetzt einen Put mit einem Delta von 10. Dann kann das doch nicht derselbe Pop-Wert sein. Und wie das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich habe uns mal ein Beispiel herausgesucht. Und zwar, wir nehmen mal den S&P 500. Hier erstmal der Chart dazu. Und damit wir eine hochliquide Option haben oder hochliquide Optionen haben, habe ich mich für den Spyder entschieden. SPY. Ich kenne viele von euch. Einer der liquidesten ETFs, den es gibt, superliquide Optionen. Also das ist wirklich ein super Produkt auch für Einsteiger, weil er auch nicht vom Umfang her zu groß ist. So, und wir schauen uns jetzt mal Folgendes an. Und zwar, wir gehen her und sagen, wir nehmen eine Option mit einem Strike. Und zwar bei aktuell, der S&P, das muss ich selber ganz kurz nachschauen, ist so in dem Bereich 200 und ich glaube um die 20 herum oder 22, entspricht also 2220 Punkten im S&P. Und wir nehmen einen 214er Put. Und das entspricht ungefähr so einem Delta 12 in etwa. Also etwa Delta 12. Und wir schauen, wir haben eine Restlaufzeit von 52 Tagen. 52 Tagen Restlaufzeit. Und jetzt schauen wir uns doch mal Folgendes an. Und zwar hier im ersten Bild seht ihr, was wäre denn, wenn wir diesen Put kaufen würden. Und die Grafik, die ihr hier seht, die habe ich aus Doe entnommen. Doe, das ist ja die Plattform, wo man das grafisch sehr schön darstellen kann. Momentan für Neuanmeldungen leider nicht verfügbar. Das wird aber in den nächsten Tagen wieder werden. Also ich denke mal spätestens ab Mitte März wird es wieder eine Möglichkeit für alle geben, das zu nutzen. Wenn das soweit ist, informiere ich euch hier im Kanal. Und ich habe euch mal hier auf diesem Bild, habe ich euch mal mit rot markiert, den Popwert. Das findet ihr also immer in der Plattform. Da kann man sich das anzeigen lassen. Und da seht ihr hier, da steht ein Popwert von 12. Und das heißt eben, wenn ihr so eine Option kauft und weil ihr zum Beispiel euch absichern wollt oder weil ihr darauf setzt, dass der S&P fallen wird, dann habt ihr ganz einfach eine 12-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade am Ende ein Gewinner wird. Das heißt also, dann ist es nicht wie hier, dass wir es umkehren, sondern dann entspricht es wirklich in etwa dem Delta. Und zwar warum? Weil wir ja diese Option kaufen, weil wir sie nicht verkaufen. Drehen wir das Ganze mal rum. Nächstes Bild. Das ist jetzt der gleiche Trade plus eben, dass wir die Option diesmal nicht kaufen, sondern verkaufen. Und erwartungsgemäß muss natürlich hier der Popwert genau andersrum sein. Und zwar, ihr seht es, genau 88%. Das ist also jetzt die Umkehrung des Deltas. Und das heißt, wenn ihr also eine Delta 12 Option, die müsste ungefähr ein Delta 12 haben, wenn ihr die also hier verkauft, habt ihr eine 88-prozentige Chance, dass der Trade am Ende ein Gewinner wird. Es ist keine Garantie, aber es ist zumindest eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und ihr seht auch, wenn ihr die beiden vergleicht, 12% Chance, 88% Chance, alle beide zusammen hätten 100% Chance. Ganz klar, irgendeiner muss ja am Ende ein Gewinner werden. Entweder der oder der. Alle beide Trades können nicht gewinnen. Du kannst nicht sagen, ich kaufe den, es wird ein Gewinner und verkaufe ihn gleichzeitig, wird auch ein Gewinner, sondern nur einer kann es sein. Und ich finde diesen Popwert insofern ganz interessant, weil es gibt ja viele Strategien von Leuten, die immer sagen, du musst ganz weit aus dem Geld liegende Optionen kaufen, damit du gehedged bist, wenn der große Einbruch kommt. Und da will ich euch mal hier noch ein nächstes Bild zeigen. Und zwar habe ich jetzt mal gesagt, okay, wir nehmen mal eine längere Laufzeit, über 140 Tage und kaufen einen 180er Put, also eine wirklich weit aus dem Geld liegende Option. Und viele Leute kaufen ja solche Optionen. Warum? Die sind natürlich spottbillig, die kosten nichts, weil sie sagen, wenn jetzt der Markt einbricht, dann explodieren ja diese weit aus dem Geld liegenden Optionen und dann hedgst du dich ja quasi gegen den Einbruch. Ihr seht aber hier beim Blick auf den Popwert, der ist ein Prozent. Das heißt also, du hast eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Trade Geld verdienen wirst. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn du sowas permanent machst, irgendwann wirst du schon mal einen Treffer haben, dass dann wirklich sich so eine Option verzwanzigfacht, verdreißigfachst und du ganz gut dastehst. Aber du wirst eben in 99% der Fälle mit so einer Option niemals Geld verdienen. Und deswegen kann das auf lange Frist einfach nicht funktionieren. Und es gab ja Fonds, die sowas versucht haben. Diese Black Swans Fonds, die genau solche Optionen permanent gekauft haben. Und die haben nie Geld verdient. Auf Dauer haben die immer Geld verloren. Die hatten immer mal ein paar gute Tage dabei, wobei da auch viele Mythen rumschwerden, am Tag so und so viel verdienen. Und dann hat man herausgefunden, es gibt zum Beispiel so einen Fonds von Nassim Taleb, der angeblich mal an einem Tag so und so viel verdient hat. Man hat dann mal geschaut, so viele Optionen wurden an dem Tag gar nicht gehandelt. Es konnte gar nicht sein. Man sieht es auch an einigen prominenten Fonds. Zum Beispiel Dirk Müller, der mit seinem Prämienfonds, den er aufgelegt hat, sehr, sehr stark auf Absicherung setzt. Er sagt, ich möchte nicht, dass die Anleger Geld verlieren. Aber dem natürlich die Absicherung so viel Geld kostet, dass am Ende die Performance enorm darunter leidet. Und deswegen ist das eben nicht sinnvoll. Und anhand dieses Popwertes könnt ihr jetzt immer sehr schön nachvollziehen, wie groß ist denn das Ganze? Also wenn mal wieder einer zu euch kommt und sagt, hey, ich möchte dir eine Option kaufen, wie groß ist da die Chance? Dann erklärt ihm das Thema Popwert. Am besten noch sagt ihm hier, abonnier den Optionsstrategien-Kanal. Da kann er selber nachschauen. Und dann weiß er eben, dass das in der Regel keinen Sinn macht. Wer permanent Geschäfte macht, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dann ist das nichts anderes als Lotteriespielen. Und Lotteriespielen kann natürlich und wird auch immer wieder einzelne Gewinner bringen. Ist aber keine Geschäftsgrundlage. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Da werde ich euch dann noch mal eine Abwandlung machen, und zwar einen sogenannten POT. Probability of Touch. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache. Die ist nämlich wichtig, wenn man sich entscheiden will, welche Optionen will man denn verkaufen? Warum verkauft man bestimmte Deltas? Wenn ihr auch spezielle Fragen zu bestimmten Begriffen aus dem Optionshandel, zu bestimmten Strategien, zu Produkten und so weiter, dann schreibt ihr das wie immer hier unten in die Kommentare. Dann kann ich das für euch hier an dieser Stelle mit aufgreifen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Optionshandel. Wir sehen uns wieder demnächst hier auf diesem Kanal. Bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg, Servus, macht's gut, bye bye.